Bist du ready? Ey, ich schaffe heute One Take meine Begrüßung. Ich verspreche Habibi. Drei, zwei, eins. Ich grüße euch. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was ist los? Ey, ich wollte meine Begrüßung One Take machen. Ja. Kannst ja reinschneiden. Ich mach jetzt nochmal neu. Okay. Ich grüße euch. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, in den letzten zwei Wochen oder in der letzten Woche gab es zwei Mal Squad Builder Battle. Und heute einer meiner anderen Lieblingsformate. Wieder mal mit dem Erfinder. Mit meinem Habibi. Es gibt Shoot'em Up. Discord Battle. Eben gegen Shenja Wolk. Hi! Na, hast du auch geschwitzt bei den Spielern? Ey, ich schwöre es. Ich wusste, dass wir ganz kurz zu diesem Thema kommen. Leute, es haben mich ja sehr, sehr viele bis tief in die Früh begleitet. Ich hab von 20.50 Uhr bis 5.40 Uhr gestreamt. Und habe diesen Spielern auch erspielt. Also nochmal, ganz viel Liebe und ganz viel Respekt an euch alle, die mit mir bis in die Früh durchgeschwitzt haben, obwohl ihr arbeiten musstet oder in der Schule. Danke euch nochmal dafür. Und jetzt meine Besten, wir gönnen euch wieder. Shoot'em Up. Discord Battle. Auf jeden Fall. Erster Link, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr natürlich den Link zu Shenjas Kanal, zu Shenjas Video. Dort gibt's natürlich dann noch den Partner. Was heißt Partner? Den anderen Schwitzer. Milinkovic Savic. Genau, so ist es. Oh mein Gott. Wenn ihr das feiert, ihr kennt den Hasen, Leute. Drückt doch gerne den Daumen auf... Drückt doch gerne den Daumen nach oben für mehr mit Shenja. Ich bin ja dankreich dafür. Mein Bester, du als Gast, ne? Ich würde mal behaupten, ich raffle gerade meine Aufstellung. Okay. Ich würde jetzt Stopp sagen. Oh mein Gott. Bitte ja, bitte ja. 3, 1, 4, 2. Ja. Alter, das ist krass. Kann ich dir wieder abstoßen? Ich darf mich nicht freuen. Es könnte bei mich genauso treffen. Geht schon? Ja. Oh no. Stopp. Oh Gott, was ist das denn? Was? 4, 5, 1, die zweite. Was ist 4, 5, 1? Oh mein Gott, die ist richtig hardcore gegen meine. Leute, ich bin komplett lost. Ich fühle mich gerade richtig broke mit dieser Aufstellung. Ich habe noch nie mit der gespielt. Aber ja, mal gucken. Ja, wie sind die da zurück, meine Freunde? Hi. Hi. Ja, Position. Was hast du denn schönes mitgebracht? Ich habe mich doch unentschieden. Ich nehme den linken Stürmer und ja, halt den Innenverteidiger. Die mittleren. Okay. Dann fange ich mal wieder von hinten an. Ich nehme in der Innenverteidigung Nummer 4. Okay. Und die Sturm 5. Jetzt passt alles von hinten und vorne nicht zusammen. Ligen SPC Aspas. Oh, stark. Und das ist glaube ich Future Star Militao. Oh nein. Ja, der wäre halt außen besser gewesen. Aber das war halt so ein Zweckspieler. Nicht den Hasse. Hm? Ja. Geht's? Ja, also ich habe für dich mitgebracht Stürmer und den rechten ZM. Stürmer und rechter ZM. Ja. Der rechter ZM bekommt die 3. Die 3? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Okay, das ist Melikovic Savic. Welche? UCL-Karte oder UEFA-Karte. Sie machen sicher. Und die 1? Und die 1 für den Sturm. Mhm. Ja, ohne ihn geht gar nichts. Das ist Mario Götze Flashback. Okay. Ja, ohne ihn geht nichts. Ja, perfekt. Stark, stark. Okay, Bruder. Ich habe so einen richtig düften Köppel, dass ich das da einfach mal so reinbauen kann, du. Was ist los? Ja, Bruder. Das ist zu wenig Schlaf, Mann. Dann kommt immer der Ossi in mir hoch, du weißt. Damals beim Bananensammeln auf dem Trecker auf dem Felde, du mit der Anrufe zusammengebt. Wie ruhig dich. Ja, du. Das war richtig düfte, du. So, Leute. Runde 2. Schöne, was hast du im Angebot? Ich habe für dich mitgebracht einmal den rechten Mittelfeldspieler und einmal den linken ZM. Der rechte Mittelfeldspieler bekommt die 1. Okay. Das ist okay. Das ist Play of the Month Sancho. Link natürlich perfekt zu Götze und Götze ist auf Full Cam. Sehr, sehr stark. Und dann kriegst du, ja ich mache eine Doppel 1. Eine Doppel 1? Mhm. Bist du dir sicher? Ja. Fuck. Wer? Marco Reus. Play of the Month. Perfect Link, oder? Nein. 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 Ah, der ist ganz woanders, oder? Ja, der ist, leider passt nicht. Scheiße. Hättest du, ich war ja so schlau, ich dachte mir, okay, du hast nur Götze geschossen, ne Dings, Savic geschossen. Die 3 dachte ich mir, naja komm, lässt alle Spieler gleich stehen und ich dachte, du nimmst die 4, da war Götze, der wäre natürlich perfekt Link. Ah, du bist so schlecht. Ja. Gebe ich dir. So mein Bester, let's go. Rechtes Mittelfeld und rechter, ah, rechter Stürmer und rechter Innenverteidiger. Okay, so, dann rechter Stürmer nehme ich die 5. Rechter Stürmer die 5? Ja. Ach du Scheiße. Ich hab Thomas Müller. Nein, Perfect Link. Aber ich, nein, nein, nein. Hast du falsch eingebaut? Der ZDM, der Boateng ist ja ZDM. Ja. Und der berührte Stürmer nichts. Ja. Oh, no. Jetzt nehme ich den, ah, 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 ah. Dann nehme ich die Nummer 2. Die Nummer 2 ist aber ein Perfect Link. Oh. Boah. Das ist Niklas Hüle UCL. Fuck. Boah, Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank. Ich hab den Joker jetzt safe, oder? Ja, den hast du safe. Bis maximal 3 Stück kannst du sammeln, ne? Wie viel ist das nochmal? Was ist das nochmal? Irgendwas mit Chemie oder so? Oder gibt's das nicht mehr? Ähm, wenn du willst, können wir was machen. Also ab 95 plus, also wenn du aus eigener Kraft das machst, wird das Team geraffelt und ich kann hier eine random Bronze-Spieler reinstellen. Willst du das machen oder nichts? Kannst du entscheiden. Mir ist es egal. Müssen wir nicht unbedingt. Wir können es auch ohne machen. Leute, ab nächster Folge dürft ihr entscheiden. Sollen wir das mit Joker oder ohne Joker spielen? Wir spielen erstmal jetzt ohne Joker und ihr dürft das in den Kommentaren entscheiden. Also bei 95 Chemie Plus darf dann derjenige den anderen dann noch quasi an einen großen Spieler rein schießen, ne? Dass ihr Bescheid wisst, ja? Genau. Schreib das gerne in die Kommentare, es interessiert mich. Ähm, linker Innenverteidiger und rechter ZM. Ah, Mann, bei dir wird jetzt Perfect Link hageln, ey. Du hast bestimmt Goretzka und schießt mich tot. Ich nehme zweimal die 5. Zweimal die 5 nimmst du? Ja. Ich habe irgendwie auf so eine Doppelkombination gehofft. Ja? Der Innenverteidiger ist Antonio Rüdiger. Okay, das geht. Das geht, klar. Die SPC oder? Die... Die Carnaby. Oh, ich hasse den. Hm. Aber weißt du, wen du noch mehr hast? Ah. Endlich. Kannst du wieder zurück. Ja! Das war eigentlich nur so ein Zweckspieler. Ach, der passt überhaupt nicht dran, aber den kannst du ja auch Offcam theoretisch spielen. Ja, mit seinen Werten definitiv ist er trotzdem besser als alle anderen, glaube ich. Aber ja, er ist wieder zurück, mein Lieber. Guck mal, wie verflucht das Ganze einfach ist. Das ist echt krass. Du und der Kante, das ist zu krass. Ja, er will wieder zu mir zurück. Weißt du? Ja, wirklich. Aber es ist halt auch risky, ne? Mit dieser Offstellung. Ich bin gespannt, wie ich mich schlagen werde. Okay. Aber wir werden es dann eh sehen. Ähm. Ey. Was hast du da im Angebot? Ich habe Angebot gebracht. Beste, letzter Preis, der es gibt. Ähm. Und zwar ist einmal LM und der rechte Verteidiger. Also wirklich so. Okay. Also, der rechte Verteidiger bekommt die zwei. Ja. Ist okay. Ist einmal Da Costa Food Swap. Wow. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Und die vier. Und die vier. Ja, ist Leroy Sané. Passt. Auch stark. Stark. Also, das gefällt mir sehr gut. Also, ich habe jetzt 56 Chemie. Ich habe 41. Ja, bei mir ist Savic komplett tot. Aber naja, komm. Ja. Wir machen das Beste drauf. Also Leute. Yes. Es geht weiter. Ey. Hä? Was hast du im Angebot? Ich habe gebracht, äh, linke Verteidiger. Ja. Also, LV und rechte Innenverteidiger. Okay, mein Lieber. Ähm, der LV bekommt die, ähm, 1. Die 1? Ja. Okay. Teilweise okay. Also, das ist einmal Carnival Mandy. Okay, das ist krass. Ey, Leute. Meine Frage. Sehe ich müde aus oder sehe ich ganz normal aus? Ich gucke so rein. Eigentlich sehe ich ganz normal aus. Nicht so, als hätte ich nur 2 Stunden geschlafen und 8,5 Stunden gearbeitet. Ich sehe voll fit aus. Ah, ja. Ja. Gut. Weiter zum Thema. Ähm. Und... Nein, nein, nein. Nicht die 5. Die 2. Hahaha. Perfect Link. Was? Ja. Ich dachte, du hast so 5 reingeflüstert. Äh, nee. Ach, nee. Syla hast du. Hörst du das, wenn ich flüstere? Ich habe mir eingebildet, dass du 5 gesagt hast. Ja, ich habe 2 oder 5 in die Kamera gezeigt. Echt? Weil auf der 5 war Hummels und auf der 2 ist Syla UCL. Ach, nee. Ja, erster, 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 erster Guter. Okay, let's go. Perfekt. Ich habe im Angebot den Torhüter. Ja. Und das linke ZM. Okay, dann nehme ich den Torhüter die 5. Testigen. Fuck, ey. Und dann die Nummer 3. Yes. Nein. Eigentlich kann ich das Phantanel umgestalten. Wir machen kein Jerome Boateng Phantanel. Wir machen Optimus Prime Icon. Sokrates, mein Bester. Hatta. Hehehe. 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 Ich weiß nicht, also ich wurde zu der Aufnahme gezwungen. Ich weiß nicht. Also das... Das... Ja. Ich glaube, das geht los. Ciao. Wenn ich so mein Team sehe und dein Team... Fuck it. Ja, aber du hast ständig bei Goretzka und bei Reus vorbeigeschossen. Ich glaube, den habe ich jetzt drei Mal mit dem Goretzka und Reus. Okay. Weil ich habe ihn auch als Stürmer angeboten gehabt. Hast den nicht erwischt. Ja, gut. Ich habe... Und... Neuer und Ulrich hast du auch nicht erwischt. Okay. Aber... Machen wir das jetzt mit dem... Mit dem 95 Plus oder nicht? Ne. Machen wir nichts. Also wir haben jetzt gesagt, wir machen es nichts. Okay. Schade. Ich muss noch probieren. Du kleiner Rabauke. Du Rabauke, Alter. Okay. Uh, fast hätte ich Reus schon wieder abgestoßen. Ach. Ähm. Wie viel Kimi hast du? 80. 80? Hm. Ich habe 60. Oh no, Leute. Ich habe es erst jetzt gesehen. Einige wird es wahrscheinlich freuen. Mich freut es überhaupt nicht, weil das Video dadurch irgendwie komplett kaputt geht. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht warum. Und wie das passieren konnte. Aber ab dem jetzigen Zeitpunkt wurde keine Audio mehr übertragen. Ich habe eigentlich eine doppelte Aufnahme. Also ich nehme meine Audio extern auf über eine Software. Dann noch über die Webcam. Und dann noch das Mikrofon selbst. Also über drei Aufnahmen sogar. Aber in den drei Jahren, wo ich aufgenommen habe, ist das erste Mal, dass nirgendwo ein Ton mehr da war. Ja. Deswegen tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe trotzdem, dass ihr das Video positiv bewertet. Dadurch, dass ein krasser Discard am Start war, lasse ich das Video, mache ich das Video trotzdem. Habt Spaß damit. Wir sind jetzt zum Schluss angelangt, meine Freunde. Ich habe richtig, richtig, richtig Schiss irgendwie. Keine Ahnung. Wenn ich schon so mein Team sehe und wenn ich was abschließen muss, einfach nur geheule. Äh. Was hast du ein schönes? Torwart? Ne, Torwart hatten wir ja schon. Okay. LM und RM. Eigentlich für dich ist die wichtigste Position, weil du viel über Flügel gehst. Ähm. Ich nehme einmal RM. Die 2. Ja. Okay. Ist okay. Und dann die 5. Ist gut. Ja. Den Torhüter und den Innenverteidiger. Den letzten. Okay. Den wollte ich nicht. Ja. Team. Warte, warte, warte. Wie heißt der? Timo Horn, ey. Ja, du hast an Neuer vorbeigeschossen. Die 1. Doppelter Perfect Link. Ja. Also ich habe jetzt 3 Game Changer. 3 Joker. Nice. Das ist Mats Hummels die 1. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich habe 96 Cam, Alter. Äh. Game Changer. Also rechts unten könnt ihr die 3 Game Changer von Xenia sehen. Ja. Mein Game Changer wurde dann die Euro League Karte von Ben Yedda, damit ihr Bescheid wisst. Ja. Alles. Alles gut. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Also das ist... Beste für dein Leben, dass du da nichts mehr zu sagen hast, mein Bester. Aha. Aha. Wie heißt denn der? Oh. Oh. Oh mein Gott. Was ist das für eine Flanke? Wann ich hier schon diese schwarze Terrantel der Hasse, ey? Oh. 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 Come on. So. Oh. Oh. Nein. Nein. Ey. GG. Fuck. Wo spielt er denn hin? Okay. das war das war echt das geilste, ich spiel runter und das spiel nach hinten abseits ich hasse solche Spiele wir sind so fixiert auf diese Kacke hier also Boateng ist eine richtige Lampe richtige Lava ne, safe nicht Jungs, wenn ihr wisst, wie die Ecke funktioniert, die perfekte Ecke guckt euch die an, aber es ist wieder jetzt ist es wieder richtig grinden wieder schwitzen, Alter ich hab's geahnt Boateng ist viel zu langsam der läuft viel zu langsam dahin, ey aber wenn ihr, das war doch eine gute Entscheidung von dir, den einzunähen, war ich dachte, ich kann dich ich dachte, ich kann dich reinlegen komm, pfeif ab, pfeif ab, pfeif ab pfeif ab ja, meine lieben Freunde also hier nochmal ein fetter Story dass man meine Stimme nicht hören kann wegen dem Mikrofonproblem aber ich muss sagen Shenya hat das sehr, sehr gut hinbekommen als Alleinunterhalter für einige wird es eher eine Freude gewesen sein nur meine Stimme ein halbes Video lang hören zu müssen für die Leute an die das geht gebt doch gerne einen extra Daumen auf das Video und jetzt geht's ab zum Discard dann müsst ihr dann unbedingt auch noch das Video über Shenya anschauen denn dort wird es nochmal eine Stufe schlimmer werden aber Gott sei Dank nur einer nur einer so, meine Formation ist die 4, 5, 1 die zweite, ne? ich hab so Schiss, Mann ich weiß nicht, wie ich die Spieler stellen soll also ganz ehrlich hau rein 4, 5 oh, warte 4, 5, 1 die zweite rechten ZM also ist eine rote Karte schön wär's ja 798 Spiele ähm warte 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 kurz also du meinst den rechten Mittelfeldspieler achso den rechten ZM okay ey, ich wollte dich noch triggern Reus alle Ehre rechtes Mittelfeld Goretzka äh Götze hab ich so stehen lassen in der Mitte ich dachte vielleicht schießt du in die Mitte achso ja ich dachte ich soll noch was sagen oder keine Ahnung äh ja meine Freunde ich hoffe euch hat's gefallen macht's gut lasst den Daumen oben das war's tschüss tschüss alter du Hund tschüss und dschüss z tschüss für